Dein guter Freund Jupp Heynckes hat gesagt, du hast deine Bilderbuchkarriere hingelegt und ich denke, genau so ist es. Darum haben wir dir ein kleines, exklusives, limitiertes, spezielles Buch erstellen lassen, Motive für die Ewigkeit. Hier bist du mit Jupp drauf. Das ganze Buch ist eine Retrospektive deiner großartigen, fantastischen Karriere. Wenn du Zeit hast, vielleicht mit deinen Enkeln, zu denen du ja ein unglaublich inniges Verhältnis hast. Immer gerne, alles Gute und viel Glück für die Zukunft. Danke. Lieber Karl-Heinz, vielen, vielen Dank für deinen Bericht zunächst mal und dann muss ich dir sagen, ich wusste gar nicht, dass du so emotional sein kannst. Aber ich finde das wunderbar, weil es ist schön, das Leben ist damit einfacher. Dankeschön. So. Nach dieser sehr emotionalen Rede muss der Jan natürlich... Der Unterhaltungswert war auch schon schlechter hier. Können Sie diesen? Vielen Dank. Eine ganze Zeit, alles Gute und die Sphärische Schauspräche über die Sphärische Schauspräche, wie verabschiedigt war, dass ist es ihnen einыш�, check, das Leben ist. Wie heißt es, alles Gute, die Sphärische Schauspräche. Vielen Dank.